Eine Minute Nachspielzeit, zeigt uns der Schiedsrichter an, wer kann hier den entscheidenden Schlag setzen, wer hat den Lucky Punch, jetzt der Linksfuß wieder abgefälscht, an die Latte, zweiter Ball, und da ist das 3 zu 2, Tor für Paul Breitner, erst der Lattenkracher und dann im Nachschuss. Geil! 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 Geil!